Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen. Ich kann auch gleich sagen, bonjour mes très chers frères et sœurs, denn ich bin wieder in Südfrankreich, an der Stelle, die Sie, glaube ich, auch schon kennen, so nördlich von Cannes, aber noch in den Bergen, an einem wunderschönen lauen Sommerabend und grüßen tue ich Sie für den Sonntag, den 3. Juli, den 14. Sonntag im Jahreskreis. Wäre es nicht der Sonntag, dann würden wir heute das Fest des Apostels Thomas feiern, aber allen denen, die heute einen Amtstag haben, das sind viele, den katholiere ich von Herzen und wünsche Ihnen die treue Freundschaft und die feste Fürsprache Ihres himmlischen Gefährten, lauthals im Zweifel, aber auch stark im Glauben. Das Evangelium ist die direkte Fortsetzung des Evangeliums vom vergangenen Sonntag. Die Wende Jesu im 9. Kapitel im Lukas-Evangelium festgehalten, hat sich vollzogen. Der Weg nach Jerusalem beginnt und jetzt wird es ganz stark, denn jetzt werden die Weichen für die Endzeit gestellt. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Gegrüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen, andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind. Und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm gehen wie dieser Stadt. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Ja, da gehören wir hin in dieses Verzeichnis, um hinten anzufangen. Und das ist das Entscheidende, dass unser wahres Leben und mit ihm auch unsere Namen unverlierbar bei Gott geborgen sind und deponiert sind. Und alles, was uns hier geschieht, uns von diesem Leben, das in Christus verankert ist, der zur Rechten der Allmacht sitzt, noch nicht mehr genommen werden kann. Heute werden nicht die Zwölf ausgesandt, wie das dann zuvor der Fall war, sondern 72 andere Jünger. Bitte hören Sie das, Sie, die Sie nicht im engeren Sinne dem apostolischen Amt der Kirche angehören. 72 weitere, auch die zu zweit. Und denen sagt Jesus, die Ernte ist groß. Bitte, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte schickt. Und zwar Frauen und Männer von überall her und aus allen Ständen und Lebenszusammenhängen, die sich von Christus ergreifen lassen und das, was sie vom Evangelium verstanden haben, den Leuten bringen. Und mit dem Evangelium den Frieden. Denn dieses kostbare Gut, dieser Schatz des Friedens, der bei dem bleibt, der für den Frieden bereit ist, den haben nicht nur die Bischöfe, die in der Messe immer grüßen, der Friede sei mit euch, die haben ihn auch, sondern sie alle, die sie zu den 72 des Herrn gehören wollen, haben diese Gabe und können ihn dorthin bringen, wo sie hingehen. Also, Shalom, liebe Mitmenschen. Einen wunderschönen, sonnigen und sommerlichen Sonntag wünsche ich Ihnen. Gott segne und behüte Sie alle. Und zwar. Und zwar. Vielen Dank.